Musik Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Sendung von Hermann & Pop. Wir haben heute etwas vor, was vielleicht nicht ganz alltäglich ist. Wir wollen uns mit dem Thema Angst beschäftigen, weil das ja zurzeit doch sehr, sehr stark grassiert. Das ist nicht ganz ohne und viele von euch wissen, dass es den Telegram-Kanal gibt und über den wir regelmäßig auch die aktuellsten Informationen verbreiten. Und wir sind da natürlich immer wieder in der Schwierigkeit, dass dann auch einige mal immer wieder sagen, Mensch, es könnte sein, dass da ein bisschen Angst aufkommt. Dem ist natürlich nicht der Fall. Aber darüber möchte ich gerne mit dir reden. Also wenn du sagst Telegram-Kanal, da möchte ich es ein bisschen konkretisieren. Ihr könnt in die Suchleiste bei Google eingeben, Telegram Messenger. Dann geht ihr da rauf, dann könnt ihr beitreten und dann könnt ihr meinen Kanal aufrufen. Eva Hermann offiziell ist jetzt da gleich nochmal eingeblendet und auch in der Infobox hier unter dem Video. Also kostenlos muss keiner was bezahlen. Was wir machen ist, wir informieren euch jeden Tag über die aktuellen Ereignisse, was gerade in diesen beunruhigenden und bewegenden Zeiten aus unserer Sicht nicht ganz unwichtig ist. Und jeden Tag sind wir beide auch zu hören. Wir führen Gespräche, wir versuchen Einordnungen der aktuellen Lage, gerade rund um das Coronavirus, aber auch um die Massenmigration, aber auch um die oder über die Entwicklungen in anderen Ländern wiederzugeben in unseren Gesprächen. Ja, wir haben einen sehr großen Zulauf mit dem Kanal und das liegt wahrscheinlich daran, dass nicht nur irgendwelche offiziellen, ich sage mal, Referate aus den Zeitungen, Anzeigen, Beschreibungen, Reportagen eben halt verbreitet werden über Link, sondern wir quasi kurzfristige Zusammenfassungen immer wieder mal machen. Das sind sogenannte Sprachnachrichten. Man kann es ein bisschen vergleichen mit einer kurzen Nachrichtensendung, die wir machen, wobei das unter deiner Ägide läuft, nicht unter meiner. Ich bin da nur mit Beiwerk, aber ich gebe das ein oder andere dann auch gerne noch mit zu bestimmten Themen, gerade was die Ökonomie anbelangt und so weiter. Stimmt natürlich kein Stück, dass er nur Beiwerk ist. Aber es ist meine bescheidene Art, die verlangt das von dir. Ja, es ist aber, es ist einfach wichtig, dass du dabei bist aus meiner Sicht, sonst hätte ich dich gar nicht gefragt. Sonst wäre es ja auch nicht so erfolgreich, um meine Bescheidenheit nochmal zu unterstreichen. So ist es. Okay. Bist du hier zufrieden? Ich bin durch, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Nein, es ging darum, wir hatten ja doch in dieser schwierigen Zeit und wir wissen jetzt nicht genau, wann es ausgestrahlt wird, diese Sendung und in welcher Phase wir uns dann befinden. Wir können ja mal sagen, was heute für ein Datum ist, nämlich Freitag, der 13. März. Richtig. Das ist der Tag dieser Aufzeichnung und wir wissen also, dass jetzt Schulen und Universitäten in Deutschland zum Teil geschlossen werden. Man ist sich da ja gar nicht einig, was man genau macht, während andere Länder dicht machen, abriegeln, sagen wir versuchen Zeit zu gewinnen, damit das Virus bzw. die Ausbreitung eingedämmt wird, während dann wieder sogenannte Verschwörungstheoretiker behaupten, es gäbe gar kein Video und das, äh, gar kein Virus. Jetzt mache ich das gleiche schon wie du, du verwechselst das auch immer ansteckend wie ein Virus ansteckend. Also irgendwie sowas in der Ecke, ja. Und genau, also es kursieren jetzt ja auch viele Statements, macht euch nicht verrückt, bleibt völlig in der Ruhe, das ist alles nur Panikmache. Lass uns mal kurz ruhig über das Virus sprechen. Nichts Genaues weiß nämlich keiner. Genau. Wir wissen überhaupt nicht, wie ist es entstanden. Was, glaube ich, jetzt schon mal langsam widerlegt ist, dass es da an diesem Fischmarkt in Wuhan entstanden ist. Es gibt Überlegungen, ob es bei diesen Militärspielen am 18. Oktober 2019 in Wuhan ausgesetzt wurde, wo sämtliche, ja, Militärs oberen Ranges zu diesen Militärspielen zusammenkamen. Es gibt ein paar Ungereimtheiten, warum war am selben Tag diese Pandemieübung der Johns Hopkins University in Verbindung mit dem WEF und Bill und Melinda Gates Stiftung. Das ist ja der Mann, der Herr Gates, der die Welt am liebsten durchimpfen würde. Wie steht das alles in einem Zusammenhang? Und vor allem sehen wir ja jetzt, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, die ja logisch und sinnvoll erscheinen einerseits, auf der anderen Seite natürlich die totale Kontrolle über die Menschheit bedeuten. Nämlich die Länder werden abgeriegelt, du darfst nicht mehr reisen, du darfst in manchen Gebieten in Italien, vielleicht auch in Deutschland bald, darfst du das Haus nicht mehr verlassen. Also und das macht jetzt Angst. Angst vielen Menschen. Und wir legen großen Wert darauf, dass wir nicht mit dem Anspruch der Wahrheit kommen, denn die kennen wir alle nicht, sondern mit der Wahrnehmung, aber nach seriösen Gesichtspunkten und nach allen journalistischen Standards, die zur Verfügung stehen sollten. Und aus diesem Grunde verwehren wir uns auch so ein bisschen dagegen zu sagen, es kommt aus dem Labor, es kommt nicht aus dem Labor, es ist mit Vitamin C einfach heilbar oder es ist eben halt überhaupt nicht heilbar. Oder mit Selen oder mit Chlordioxid. Die Menschen sterben jetzt alle oder die Menschen werden alle wieder gesund. Ist es nicht schlimmer als die Grippe oder nicht? Wir wissen relativ wenig. Aber ich glaube ganz einfach, dass es durchaus Experten gibt, die bestimmte Dinge ganz gut einschätzen können und sich darauf zu konzentrieren, dass ein paar Menschen rumlaufen, die auch mit wissenschaftlichen Hintergrund sind und auch gute Leute dabei sind. Einige sind ja auch wirklich gut, aber dass man dann sagt, es gibt kein Virus und so weiter, das bringt uns alles jetzt nicht weiter. Uns geht es darum, den Worst Case anzunehmen und dieser Worst Case führt dazu, dass wir alle im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht außer Acht lassen und optimal uns vorbereiten auf die Situation. Und ich sage immer wieder, bis Mai, das ist so immer so meine Zielgerade, weil wir haben gesehen, von Oktober bis Januar, Oktober verdichtet sich immer mehr, könnte der Ausgangspunkt in China gewesen sein, als das Virus nach außen trat und von dort aus sich verbreitete. Und dann hat es bis Januar gedauert, bis Mitte, Ende Januar glaube ich, als es dann einen bestimmten Höhepunkt erreichte und dieser Höhepunkt wurde mit uns, mit unserem Start gleich gesetzt und man ging fast davon aus, dass beides zeitgleich losging und dem ist nicht so. Wir müssen also letztendlich Oktober, November, Dezember, Januar rechnen. Das sind drei Monate. Jetzt gehen wir davon aus, dass es bei uns im Januar losgegangen ist, dann ist es Februar, März, April. Also rechnen wir mal vorsichtshalber Mitte Mai. Bis Mitte Mai werden wir einiges mehr wissen und wenn wir uns an der Stelle extrem vorsichtig verhalten, dann wird nichts passieren. Das ist entscheidend, aber das hat nichts mit Angst zu tun. Naja, nichts passieren ist nicht so ganz richtig, weil man kann es einfach nicht leugnen und das ist das, was uns auch immer wieder auffällt, worüber wir im Kanal auch sprechen. Wir haben sehr gute Kontaktpersonen in Italien, die uns die Vorortsituationen häufig schildern und die sehen alles andere als rosig aus. Nämlich, da ist Ärztenotstand, Kliniknotstand. Es heißt, dass die Versorgung nicht mehr sehr lange aufrechterhalten werden kann, weil es so viele Infizierte sind, die zum Teil dramatische Entwicklungen in diesem Krankheitszustand erleiden, bis hin zu auch tatsächlich schweren Erstickungen, weswegen ja so viele Intensivbetten jetzt überall aufgerüstet werden, ja auch in Deutschland. Das heißt, derjenige, der sagt, es ist nur Panikmache und es ist nichts dahinter, außer, dass eine globale Weltregierung eingesetzt werden soll, das würde ich nicht von der Hand weisen, da sind wir uns einig, dass das schon eine Zielsetzung ist, alle Zeichen stehen ja da in diese Richtung, aber dass man dann sagt, also macht euch keine Sorgen mit dem Virus, das gibt es gar nicht und das wütet gar nicht, da wäre ich doch mal sehr vorsichtig. Nein, das ist verantwortungslos, so etwas zu sagen, weil es keiner weiß, das ist der Punkt. Und es kann ja sein, dass sich herausstellt, das ist ein großer Fake, aber wenn es keiner weiß, sollte man vorsichtig sein, es geht um Menschenleben dabei. Du sagst immer etwas sehr Wertvolles, wie ich finde, nämlich, es geht ja nicht nur darum, dass ihr euch schützt, sondern dass ihr auch andere schützt. Das heißt, wir müssen sehr sorgfältig im Umgang sein. Die Maßnahmen, dass jeder eigenverantwortlich handelt, indem er versucht, nicht viele andere Menschen zu treffen, sowieso keine Veranstaltung, gibt es eh bald nicht mehr und sich darauf besinnt, einfach mal ein paar Wochen die Füße stillzuhalten. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die wir jetzt lernen können und beherzigen können, auch mit Rücksichtnahme auf andere. Denn gerade heute habe ich gelesen, dass die offizielle Inkubationszeit lautet 14 Tage. Wir wissen aus chinesischen Forschungen und amerikanischen Forschungen, das stimmt nicht, die Inkubationszeit kann bis 27 Tage gehen. Heute kam die Meldung, dass sogenannte geheilte Corona-Patienten, die weiterhin beobachtet wurden in China, dass man bei denen 37 Tage danach das Virus noch gefunden hat. 37 Tage? 37 Tage. Also, das heißt, wir haben neulich mal gesprochen im Telegram-Kanal über das Wort Quarantäne. Das spiele ich jetzt gerade ein. Ja, das ja, also wenn man es im Französischen nimmt, Quarant oder im Italienischen Quaranta, das heißt ja 40. 40 Tage Quarantäne. Und die hat man auch immer verordnet bei allen großen Epidemien, ob das Lepra, Cholera oder Pest gewesen ist, hat man die Leute auch 40 Tage dann auf eine Insel gebracht. Und wer dann anschließend noch gelebt hatte, der hatte Glück. Und also irgendwie macht es immer mehr Sinn, diese 40 Tage, egal um welche Seuche es sich handelt. Also für mich ist es ganz wichtig, wir hatten vor ein paar Tagen ein ganz nettes Erlebnis. Wir haben uns mit Freunden getroffen, auch sehr wertschätzend. Die waren jetzt nun der Meinung, das ist durchaus erlaubt natürlich, das Ganze ist ein Fake, das ist gar nicht so schlimm, das wird alles hochgebauscht, dass es genutzt wird, um zum Beispiel die Wirtschaftskrise, die ja schon vor Jahren eingeleitet wurde und systemisch begründet ist, dass man damit einen Schuldigen durch das Coronavirus natürlich ideal gefunden hat. Du meinst für den Crash. Für den Crash, der jetzt gerade läuft. Das ist ja alles nachvollziehbar. Natürlich ist das so, das sehe ich auch so. Aber daraus abzuleiten, es gibt keine Gefahren. Und nur dieser Situation könnte ein bisschen zu kurz gesprungen sein. Und wir haben dann darüber diskutiert und das sehr unterschiedlich. Und dann kam immer wieder, dass sie sagten, in ihrem Umfeld würden gerade Zuhörer unseres, deines Kanals sagen, viele Menschen, ja, viele aus ihrer Sicht, sie hätten Angst dadurch. Sie würden dadurch Angst bekommen, was wir hier machen. Und das ist natürlich, da zuckte ich natürlich zusammen, weil wir haben dann an dem Abend nämlich über diese Situation diskutiert im Telegram-Kanal. Wir diskutieren ja abends, das sind ja Tondokumente, die sind dann quasi live. Und das ist sehr spannend. Und dann kam am nächsten Tag eine Flut von Mails, von Menschen, die gesagt haben, um Himmels Willen, macht weiter. Wir haben überhaupt keine Angst. Und der Tenor war, wenn einer Angst dadurch bekommt, dann hatte er dann schon vorher Angst. Und er kriegt diese Angst nur noch verstärkt, weil es ist genau wie die Leute, die uns sagen, es gibt kein Virus. Und mit Vehemenz werden Videos geschickt. Das ist alles nur Fake, alles nur Fake. Und man spürt in den Videos regelrecht die Angst der Verbreiter. Und wenn es eine latente Angst ist und die Leute erst nicht einmal wissen, dass sie selbst ängstlich sind dabei, das will ich ja gar nicht dahin stellen. Nein, uns geht es darum, klare Linien, saubere und sachliche Informationen rüberzubringen und den Leuten dann schon selbst überlassen, wie sie damit umgehen. Also das Stichwort heißt Eigenverantwortung. Deswegen sitzen wir hier zusammen, weil wir zu der Eigenverantwortung das Thema Angst und Sorge oder sogar Panik etwas sagen möchten. Vielleicht zunächst, aus meiner Sicht gibt es zwei Formen von Angst. Die eine Form ist eine Angst und Sorge, die jeder irgendwann mal erlebt. Das ist ein im Schraube-Denken. Immer wieder, wie soll ich das alles schaffen? Was kommen da für große Probleme auf mich zu? Und dann habe ich noch das Problem und das und das Finanzamt und das Kind muss eingeschult werden. Und dann steht man vor so einem Riesenberg und weiß überhaupt nicht, wie man weiterkommt. Das nennt man aber Grübeln. Das ist also eine selbst auferlegte Angst, die durch Grübeln entsteht, nämlich die Was-passiert-wenn-Maschine. Wenn man die anschmeißt und sagt, was passiert wenn, dann kommt man da nicht mehr raus. Das heißt, hier ist Eigenverantwortung und Eigeninitiative gefragt, indem man sich selber beim Denken beobachtet und sagt, da muss ich wieder raus aus dieser Grübel-Maschine. Und da werden wir gleich nochmal drüber reden, was auch der Ansatz unseres Zusammenkommens hier ist. Die zweite Form von Angst ist ja eine ganz gesunde. Nämlich, wenn du plötzlich etwas gewahr wirst und sagst, was haben wir denn jetzt? Was ist das für ein Problem? Und unzweifelbar sind wir ja im Moment in einer bewegten Phase dieser Welt. Also sagen wir mal, es sind historische Zeiten. Solche Ausnahmezustände, wie die ganze Welt sie jetzt erlebt, gab es wohl in der Form noch nie. Und hier lauern für den Einzelnen Gefahren, hier lauerten sie auch schon. Also wir haben schon vor Wochen über unseren Telegram-Kanal gesagt, Leute, geht einkaufen, seht zu, dass ihr Vorräte genügend an Bord habt. Wasser, Kerzen, Konserven, Streichhölzer, Öl, Papier. Und dieses berühmte Toilettenpapier, das hat ja jetzt richtig hier weltweit eine Riesenbedeutung bekommen. Also viele haben uns ja auch belächelt deswegen. Absolut. Die jetzt interessanterweise anrufen zu großen Stückzahlen und sagen, oh, hätte ich mal, hätte ich mal. Und das ist immer dieses, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Ich sage immer, wenn hätte ich kommt, das habe ich weg. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir haben damals gesagt, wir kriegen viele Ansprachen auch von Leuten, die uns gesagt haben, danke, dass ihr uns das damals gesagt habt. Ich meine, das Schlimmste ist, dass man zu viel Essen im Keller hat. Also so ganz dramatisch ist es ja auch nicht. Und wenn es dann auch dazu kommt, was auch lange ansteht und auch leider unwillkürlich kommen muss in Deutschland, weil nämlich das Energieversorgungsnetz nicht mehr zuverlässig ist. Das ist eine Art Blackout. Das heißt, selbst wenn ihr zu viel angelegt habt, dann habt ihr für die Zeiten vorgesorgt. Übrigens auch Nudeln ist wichtig, so Trocken, Trokenerbsen und so was, die man einfach ins Wasser schmeißt, die Quellen auf und das ist B-Vitamin-Komplex pur. Aber wir haben auch gesagt, kauft euch Atemmasken, Atemschutzmasken. Und das war vor acht Wochen. Die Leute, die das gehört haben und ernst genommen haben, haben sich alle Atemschutzmasken gekauft und haben die. Während jetzt weltweit keine mehr zu bekommen sind. Das heißt, wir versuchen schon ein bisschen für die Menschen nachzudenken. Und jetzt komme ich wieder zu dieser Angst. Das ist natürlich, wenn man erst mal fast aus der freien Natur hört, deckt euch ein, seht zu, dass ihr Vorsorge betreibt, obwohl die Welt offenbar noch in Ordnung ist, obwohl es nur in China da ganz hinten und Südkorea so ein bisschen kracht, aber was interessiert uns das hier. Jetzt kommt es auf den Wachzustand an, ob man in der Lage ist, logisch zusammenzuzählen, dass diese Dinge eben natürlich auch zu uns unwillkürlich und weigerlich kommen mussten. So und wenn man in diese kurze Angst kommt, was kommt da auf uns zu, dann ist es eine gesunde Angst, weil man nämlich dadurch auch Vorsorge treffen kann und auch eine Gefahrenlage lernt, zu überblicken und vorzusorgen. Also deswegen müssen wir dieses Angstschüren, das beinhaltet mehr als einfach nur platt zu sagen Angstschüren, was wir auch nicht sehen, dass wir das tun, sondern wir informieren. Dadurch wird ja die Welt nicht angehalten. Das heißt, die Dinge kommen auf uns zu. Wir sagen euch, die kommen auf euch zu und auf uns auch. Und ihr könnt ja versuchen, euch ein bisschen vorzubereiten. Das ist alles, was wir tun. Richtig. Und da geht es eben halt nicht um eine exzessive Hysterie, aber eben halt auch nicht um eine ausgeprägte Trägheit. Denn die Leute, die eben sagen, das gibt es alles nichts, alles nur große Show, denen muss ich natürlich schon unterstellen oder bei denen erwarte ich, dass da eine entweder große Trägheit ist, um die Angst zu überschütten. So sehen wir das. Also wir können immer sachlich darüber reden, ganz vernünftig. Und genau das ist unser Ziel. Und ich glaube, wir werden das auch weiter so machen. Und an der Stelle nochmal auf den Telegram-Kanal gehen wir tagtäglich auf diese Dinge ein. Und auch gerade, was das Thema Vorsorge und Vorbeugung anbelangt. Wir werden auch immer wieder gefragt, warum seid ihr eigentlich noch so fröhlich bei der ganzen Gelegenheit? Und wir sind fröhlich. Und zwar hängt das auch damit zusammen, dass wir mit dem Boden verankert sind und auch dem Licht ausgerichtet. Und das ist nicht irgendein, ich sage mal, Geschwafel von Esoterikern, wie man das gerne unterstellt, sondern hier geht es tatsächlich um eine Grundhaltung, sich mit der Schöpfungsarchitektur zu identifizieren, sie anzuerkennen, die Gesetze der Natur zu verstehen, zu verinnerlichen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und vor allem sich denen zu stellen. Denn Krisen sind Herausforderungen. Bei schönem Wetter kann jeder wunderbar segeln, das weiß jeder Kapitän. Denn entscheidend ist die Qualität des Kapitäns, wenn es anfängt, der Sturm aufzuziehen. Und das haben wir jetzt, die Wellen werden größer, der Sturm, der zieht auf. Und wir sagen eben halt mutig voran, Gott wohlgetan. Und das ist letztendlich eine entscheidende Grundlage für uns, die Dinge zu meistern. Ja, es ist ja auch so, jede Epidemie, die es schon gegeben hat, diese widerliche Lepra, Pest, Cholera, spanische Grippe, wo Millionen und Millionen Menschen gestorben sind. Wir können das nachlesen, dass natürlich auch viele Menschen mit Vorerkrankungen als erstes mit dahin gerafft wurden, aber eben auch jene, die nicht gesund genug gelebt haben. Also uns geht es auch darum, dass wir, und das machen wir auch im Kanal öfter, dass wir darauf hinweisen, wie könnt ihr euch geistig vorbereiten, seelisch in diese Krisensituation stellen, die irgendwann wieder vorbeigehen wird. Auch wenn man dann sagt, ja, aber dann sind vielleicht die ganzen Strukturen auf der Welt umgestellt. Okay, aber auch dann müssen wir uns auf diese Situationen einstellen lernen. Und wer das mit einem gesunden Geist kann, der ist im Vorteil. Deswegen reden wir darüber. Und übrigens, ich sehe in diesem Virus neben all den Schrecklichkeiten auch immer mehr plötzlich Hoffnungsschimmer oder Gründe, die große Chance, das auch als Chance zu begreifen. Also wir haben hier lange schon eine Diskussion. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag das Bussi-Bussi nicht. Und bei jedem Mal, wenn man sich sieht, in die Arme fallen. Und bin schon lange eigentlich so ein bisschen dafür bekannt und werde belächelt und so. Okay, ich musste mir jetzt erst dieses Virus einfallen lassen, dass man sich nicht mehr umarmt bei den Begrüßungen. Also es ist für mich ein Vorteil. Aber für mich ist auch ein Vorteil, dass jetzt die Menschen aufgefordert werden, über ihre Vollkasko-Mentalität hinausdenken zu müssen und ihr Leben in andere Strukturen zu bringen. Zum Beispiel dieses im Haus bleiben müssen, bringt ja auch Vorteile. Du lernst plötzlich deine Familie kennen. Ha, du hast sogar Zeit, mit denen zusammenzusitzen. Du kannst vielleicht sogar Mensch, ärgere dich nicht spielen oder gemeinsam einen Film gucken. Oder wenn es am besten läuft, sogar gemeinsam etwas Wertvolles, Schönes lesen. Bei Kerzenschein, bei einem Glas Tee. Im Blackout ist das besser als Filme gucken. Ja, ja, wir reden ja jetzt im Moment nur über das Virus. Und da sind ja auch Chancen drin, sich selber wieder so ein bisschen aus dieser ganzen unruhigen Hamsterrad-Karriere-Epidemie herauszuholen in ruhigere Gewässer. Also das heißt, die Menschen kommen auch wieder runter. Klar, wir können auch die Systeme durchdenken. Wir werden feststellen zum Beispiel, wenn jetzt der DAX, der Dow Jones und all diese Dinge runterbrechen, das sind nur, ich sage mal, Bits und Bytes auf einem Plasma-Bildschirm. Da brennt keine Maschine, da bricht keine Fabrik zusammen. Nichts zerschmilzt gerade im Augenblick, außer Geld. Das ist eine ideale Voraussetzung, das System endlich in Frage zu stellen und auch vielleicht eine Wirtschaft jetzt mal versuchen zu durchdenken. Wenn man zu Hause ist, hat man Zeit. Man kann zum Beispiel mal den Plan B durchlesen, um sich mal Gedanken zu machen von der Wissensmanufaktur. Um überhaupt mal zu wissen, was gibt es da überhaupt so? Was gibt es noch an Gedanken? Nicht, um ihn denn zu adaptieren und zu sagen, genau, das ist der Weg, sondern um überhaupt erst mal reinzukommen in die Problematik und sich dann eben halt auch mal klarzumachen, dient der Mensch eigentlich der Wirtschaft oder muss die Wirtschaft nicht den Menschen dienen? Und diese Dinge könnte man jetzt wieder gerade stellen. Und wir kommen jetzt wieder in eine gesunde Struktur, weil wir mal durchgeschüttelt werden seelisch. Also wir im Einzelnen, wir haben die Chance auf eine Art Bewusstseinsänderung. Und wir befinden uns zweifellos in einer Zeit der Transformation. Also das, was letztes Jahr um diese Zeit noch gegolten hat, gilt heute schon lange nicht mehr. Und morgen erst recht nicht. Weil, wie du schon gesagt hast, also es kann ja auch sein, dass diese Krise, diese Viruskrise abflaut. Aber wie manche Wissenschaftler sagen, vielleicht im Herbst noch einen Schub bekommen oder es kommt noch irgendein Komponenten-Virus drauf. Es mutiert oder so. Das heißt also, dass man länger in dieser Schraube ist, auch länger unter diesen Kontrollmaßnahmen. Inzwischen kann das Finanzsystem gecrashed sein, dass also auch hier völlige Unsicherheiten herrschen, dass es kein Geld mehr gibt, keine Bank mehr gibt, dass man also wirklich anfangen muss, neu zu organisieren. Sich, sein Leben, sein Denken, alles. Also der Zenit ist vielleicht noch gar nicht erreicht. Nehmen wir mal 2014. Da sprachen wir alle von der Ukraine-Krise. Das war das Größte, das Schlimmste und man hatte schon Weltuntergangsgefühle. Dann kam 2015, in dem tatsächlich unser Regime, unser europäisches Regime unter der Anführung von Frau Merkel, letztendlich, dass die Grenzen geöffnet wurden und es wurde einfach, es wurde eine Invasion zugelassen. Das geht nicht um die Menschen dort und es geht auch nicht um Inhumanität, sondern es geht um die sachliche Bewertung der Situation, die nicht mehr sachlich war, nicht durchdacht wurde, sondern ad hoc in einem Moment des Durchdrehens, einer emotionalen Überaktivität wurde irgendetwas gemacht. Das ist Aktionspolitik gewesen, ganz schlimm und nicht wirklich würdig einer sachlichen Politik. So, dann haben wir jetzt die Situation, dass schon wieder eine neue Invasion vorgeplant wird, aus arabisch-afrikanischer Sicht. Die findet gerade statt, im Rahmen dieser hybriden, also mehrfach geordneten Kriegsführung. Auf der anderen Seite jetzt das Coronavirus, dann eben halt noch diese Soldaten, die amerikanischen Soldaten, die momentan Krieg spielen mit den Russen in Deutschland. Also das sind natürlich alles Dinge und wir glauben, jetzt schlimmer kann es nicht mehr werden. Wenn morgen aber jetzt noch der Blackout käme, dann kann es nicht sein, dass wir uns umbringen. Oder ein Kernkraftwerk geht beispielsweise hoch und der Wind steht irgendwie günstig. Dann kann sich das Ganze nochmal steigern lassen. Und aus diesem Grunde, das geht jetzt nicht um Panik machen, wir müssen einfach eben halt nur wissen, wir bewegen uns in einem Umbruch. Wir sind in einem Menschheitsumbruch und da müssen wir jetzt das Ganze bestehen. Und wir sind in Gottes Hand und wir können versuchen, diese Dinge eben halt jetzt versuchen zu managen. Und dann bin ich sicher, dass es auch gut gehen wird. Worüber ich, was ich dich fragen möchte, das ist nämlich sehr wichtig. Viele Menschen wenden sich an dich, weil sie tatsächlich angstgeschüttelt sind. Und Angst ist der schlechteste Ratgeber und das hilft niemals weiter in keiner Form. Und wir beschäftigen uns ja, unsere Lebensbasis, unser Fundament basiert ja auf diesen drei Büchern, von denen wir immer wieder sprechen. Im Lichte der Wahrheit von Abtruschin. Und ich werde nicht Mühe als Einstiegswerk immer noch, auch wieder zusammenzucken, das Blutgericht Europa von Eva mitzunehmen als Einstiegswerk, wo nämlich diese Gesetze der Natur in einer brillanten Form schon so vorgewärmt werden, um die Zusammenhänge anhand unserer geschichtlichen Aufarbeitung zu erkennen, um dann wunderbar und viel einfacher in diese drei Bücher, in diese drei Bände hineinzukommen. Nur darum geht es, die drei Bände sind entscheidend. Ich möchte aber eines sagen. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, denen genügt es, diese drei Bände zu lesen. Die haben überhaupt kein Problem, das zu verstehen, was da drin steht. Es gibt aber auch einige, die sagen, das ist ja vor 100 Jahren geschrieben, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist so ein bisschen eine Sprechweise, die ich nicht kenne, die mir nicht geläufig ist. Und dass das sozusagen so ein Buch mit den sieben Siegeln wird. Ja, man sagt, es ist nicht flüssig zu lesen. Und ich sage, wenn du es flüssig haben willst, dann musst du es verdünnen. Aber dann hast du eine Wortschorle. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Ich bin froh, dass wir diese Essenz haben und an dieser Essenz arbeiten können. Und die vielen sachlich, das ist mir wichtig, die sachlich geprägten und die materiell geprägten Menschen, zu denen gehöre ich. Ich bin nicht so spirituell ausgerichtet, wie du das bist. Oder zumindest noch nicht. Ich arbeite ja dran. Aber da ist es ganz gut, ein Einstiegswerk zu haben anhand einer geschichtlichen, sauberen Aufarbeitung, wo die Gesetze schon mit eingearbeitet sind und man schon in eine neue Biografie so ganz langsam eingeführt wird. Ich hätte sonst das Empfinden gehabt, dass man mir vielleicht die Wahrheit wie einen nassen Lappen um die Ohren haut. Und ich möchte gerne einen Mantel hingehalten bekommen, in den ich reinschlüpfen kann. Und dafür ist dein Buch das Ideale, um reinzukommen. Und dann ist das andere wesentlich einfacher zu handeln. Ja, also für Kopfgesteuerte, fast nur Kopfgesteuerte Menschen, der du vor einiger Zeit tatsächlich gewesen bist, ist das vielleicht tatsächlich ein ganz guter Weg zum Mal mein Buch, das Blutgericht Europa. Ich habe mich bemüht, all das, was ich in diesen drei Bänden gelernt habe, die ich seit 16 Jahren lese, wir lesen jeden Tag drin, weil es nämlich ein Studium ist, ein Lebensstudium der Naturgesetze. Und die deshalb so entspannt und fröhlich hier sitzen können, das ist wichtig. Und ich habe mich eben bemüht, dieses Blutgericht Europa genau auf dieser Basis aufzubauen und in Zusammenhang zu stellen. Aber wir müssen gar nicht mehr jetzt über mein Buch reden, sondern ich würde noch mal über diese drei Bände sprechen. Warum empfehlen wir die immer wieder? Wir haben gerade darüber gesprochen, wir sind in Zeiten eines Umbruchs und es wird alles, alles auf den Kopf gestellt und auch alles, was bisher falsch lief, vielleicht merkt ihr das ja auch an der einen oder anderen Stelle schon, das wird durchgeschüttelt, durchgerüttelt und wenn es für unbrauchbar nach den Gesetzen empfunden wird, ist es weg. Das heißt, nur das Richtige und das Wahre kann bestehen. Das mag jetzt auch wieder ein bisschen überheblich klingen, meine ich aber gar nicht so, sondern ich meine das ganz sachlich. Und wer in dieser Zeit spürt, hier stimmt es hinten und vorne nicht und gerade wird es uns direkt vor die Augen geführt, all das, auch das Politikversagen, das Versagen auch weltweit, eine Krise unter Kontrolle zu bekommen, Versprechungen, die nicht eingehalten werden, jetzt Firmen, die zusammenbrechen, Finanzsysteme, die zusammenbrechen. Dieses ganze Finanzsystem, dazu kannst du gleich noch mal mehr sagen, wie krank es eigentlich seit vielen zig Jahrzehnten schon ist und zum Zusammenbruch verurteilt ist. Ich glaube gar nicht, dass das so entscheidend ist, diese sachlichen Zusammenhängen. Wichtig ist jetzt für mich, dass wir dieses Thema Angst diskutieren. Und da will ich ja gerade hin, also warum empfehlen wir diese drei Bücher? Weil derjenige, der spürt, so geht es nicht weiter, der sucht nach mehr. Meistens landen die Leute bei solchen Denkern, wie wir es sind oder bei anderen Freidenkern, die gegen den Mainstream eine andere Meinung aufgestellt haben, eine andere Einschätzung haben. Und man fängt an zu suchen. Gleichzeitig spürt man aber, dass das, was man da plötzlich gewahr wird, dass das Sorge und Angst macht. In diesen drei Büchern wird diese Zeit, in der wir jetzt sind, genau beschrieben. Es wird sozusagen vorhergesagt. Es ist fast wie eine Prophezeiung mit Lösungen. Und diese Lösungen sind eben, dass wir in unsere innere Kraft kommen. Aber wir können nur in diese Kraft kommen, wenn wir die Naturgesetze kennen, in die jeder einzelne Mensch, jedes Tier, jeder Baum, jede Blume, alles, was hier existiert auf der Erde, eingebunden ist. Wir gehören dazu. Wir haben aber bis jetzt, wir Menschen, kläglich versagt im Erkennen dieser Naturgesetze. Im Gegenteil, wir verstoßen täglich x-mal dagegen. Und übrigens sind das nicht nur die Gesetze, wenn wir jetzt über unsere gesellschaftspolitischen und finanzpolitischen Zusammenhänge nachdenken, sondern auch das Mitmenschliche. Dieses, wie denke ich über andere? Was ist in mir? Wie ordne ich was ein? Wie viele Menschen habe ich schon verurteilt? Nur mit den Gedanken. Und man muss einfach wissen, dass unsere Gedanken, genauso wie die Empfindungen, also die Intuition, die da drin sitzt, dass die im Feinstofflichen, also im Unsichtbaren, Formen gebiert. Und diese Formen existieren real. Und nach dem Schöpfungsgesetz oder Naturgesetz der Anziehung der Gleichart, nachdem wir hier auch gemeinsam sitzen, haben diese Gedankenzentralen folgende Auswirkungen. Gleichartige Gedanken anderer Menschen, die auch diese Formen entwickeln, ziehen sich zusammen. Und wenn das jetzt zum Beispiel, reden wir jetzt über die Angst, wenn das Angst ist, dann sind es plötzlich enorm viele Zentralen der Angst, die durch die Gedankenformen existieren und werden zu riesigen Kraftzentralen zusammengezogen, die sich über die Menschheit legen. Und ob dieses Virus jetzt konzipiert wurde, dafür unter anderem auch Kontrolle auszuüben oder nicht, ist zweitrangig. Diese Angst existiert und ist jetzt über uns. Also in der chinesischen Kultur finden wir das immer wieder unter den Dämonen. Wir sehen ja auch immer diese Fratzen, diese Figuren, die das so wunderbar symbolisieren. Und genau darum geht es. Wir haben natürlich auch verloren, diese Zusammenhänge zu den alten Kulturen, auch zu diesen feinstofflichen Empfindungen zu bekommen. Ich ganz besonders. Und ich arbeite halt daran und ich bin wirklich sehr bemüht. Und ich spüre, dass da was ist. Aber es ist natürlich für mich noch viel schwieriger als für dich. Aber zu diesen Büchern gibt es natürlich auch eine entsprechende Peripherie-Literatur. Und da geht es unter anderem eben halt auch um das, worüber wir uns unterhalten wollen noch über das Thema. Wie kann man Angst besiegen? Wie kann man die Angst vertreiben? Wie kriegt man diese Dämonen, diese Angstgebilde, die aus den eigenen Gedanken, das ist wichtig, die sind eigeninitiiert. Das ist nicht das Böse, was von außen kommt. Es gibt nicht Gott und den Teufel, sondern es gibt nur Gott und die Schöpfung. Und daraus entwickelt sich der Mensch. Und der Mensch im Rahmen dieser Nachschöpfung, nennen wir es, der hat dann eben halt diese dunklen Gebilde dann selber geschaffen. Und das wird dann immer mehr. Gut, den Teufel gibt es schon, aber er wird genährt durch die Menschen. Und auch durch die Angst der Menschen, weil da reibt er sich die Hände und sagt, Ha, die habe ich jetzt schön in Schach. Du hast gerade die Peripherieliteratur zu diesen drei Bänden angesprochen. Es gibt also verschiedene Bücher, die die Wegbereiter, die einst schon hier auf dieser Erde waren, deren Leben nochmal wiedergeben, so wie es gewesen ist. Darunter ist Buddha, Zoroaster, Lao Tse, Mohammed. Und sehr spannend ist ja der chinesische Wegbereiter Lao Tse, der vor 3500 Jahren, manche sagen sogar noch länger sei das her, in China als Wegbereiter fungiert hat, mit der Aufgabe, die Menschen von ihrer Dämonenfurcht zu befreien. Ein Zeitgenosse von Konfuzius, muss man dazu sagen. Ja, der aber ihn hart bekämpft. Ja, Konfuzius, der immer dargestellt wird, wenn es immer heißt, Konfuzius sagt, und es wird auch sehr positiv immer dargestellt wird, dann wird auch hier wieder deutlich, dass die Masse sich immer täuscht. Also man bekommt dann auch eine kritischere Grundhaltung zu Konfuzius und beschäftigt sich dann mehr mit Lao Tse, nämlich seinen eigentlichen Gegenspieler. Und dass man so wenig von ihm hört, liegt vielleicht darin, dass er derjenige war, der das Beste für die Menschen wollte. Vielleicht kann man dazu sagen, Lao Tse wurde praktisch mit dieser Aufgabe wahrscheinlich schon hierher inkarniert. Also in diesen Büchern, in diesen drei Bänden geht es natürlich auch endlich mal um die Erklärung, warum wir unbedingt davon ausgehen müssen, dass es die Reinkarnation gibt und nicht etwa wie in vielen Kirchen behauptet wird, es sowas nicht gibt. Es ist rein wissenschaftlich, aber auch dort ganz logisch aufgebaut, dass es gar nicht anders sein kann. Und Lao Tse, der damals in China gewirkt hat, der wurde ausgebildet von einem tibetischen Mönch, einem Wissenden, gelbe Mönche nannte man die, wenn die diese gelben Kappen trugen, was also die höchste Erleuchtung sozusagen war. Und dieser tibetische Mönch war sein Meister, war also der Meister des jungen Lao Tse. Und klar ist, wenn du vorbereitet wirst, dass du Menschen etwas lehren kannst, dann musst du selber durch diese Erfahrungen durchgegangen sein und durchaus auch ziemliche Probleme gehabt haben, damit du umfänglich erlebst, wie diese Probleme wirklich sind. Und so ist also Lao Tse vorbereitet worden, darauf die Menschen von der Dämonenfurcht im alten China zu befreien. Spannend, dass es gerade auch China jetzt ist. Und er hat diese Ausbildung in Tibet gemacht, unter anderem in Tibet. Die sind auch viel gereist, gepilgert durch die Lande, um zu lernen. Und Lao Tse hatte gelernt, sich den Naturgesetzen, den Schöpfungsgesetzen zu unterwerfen. Das ist nämlich Hauptbedingung, also nicht sich selber zu erheben, ich weiß alles besser, sondern einfach auch seinen Verstand und seine Empfindungen zu öffnen, seine Sinne zu öffnen, um die Logik der Naturgesetze zu verstehen. Um damit auch eine Verbindung zum Licht aufbauen zu können, die, wenn sie nicht gestört wird durch Angst, ein reiner Kanal ist, durch den von oben auch geholfen werden kann. Wenn du allerdings grübelst und immer im Kreis denkst, wie wird das, wie wird das, dann wird das sehr schwierig, weil du damit den Kanal mit deinen Gedankenformen verstopfst und die können dir von oben gar nicht helfen. Aber, also man muss natürlich auch davon ausgehen, dass es Helfer gibt. Dass es in diesem Schöpfungssystem nicht nur Engel gibt, die ja hin und wieder sogar von manchen Menschen geglaubt werden, sondern auch noch ganz andere Helfer. Und wir beide arbeiten mit Helfern, also das heißt, vor einer solchen Aufzeichnung, ich erzähle das jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, beten wir und bitten darum, dass uns die richtigen Worte gegeben wird, damit er, der Einzelne, erfasst werden kann, damit seine Sinne geöffnet werden kann, sein Geist sich öffnen kann, damit er diese Hilfen, das Licht erkennen kann, und die nämlich so reichhaltig für uns alle zur Verfügung stehen, wir aber zugemauert sind mit diesem materialistischen Denken, wo es nur darum geht, wie überlebe ich, wie verteidige ich hier meine Familie, wie mache ich das, ohne über alle anderen so wunderbaren und sehr wichtigen Dinge nachzudenken. Und wir beten darum, auch vor unseren Vorträgen, weil wir wissen natürlich nicht, wer sitzt da jetzt gerade und guckt sich das Video an. Wir kennen euch nicht, wir wissen nicht, was ihr benötigt, wir wissen nicht, was der Einzelne nötig hat, damit er weiterkommen kann, denn unser Leben hier ist Entwicklung und nicht Stillstand und bis zum Ende, da gibt es nichts. Und da werden uns die Hilfen gegeben, ich wundere mich manchmal, was du sagst, was ich noch nie gehört habe oder ich auch, was in dem Moment eben einfach durchkommt, weil es vielleicht für dich oder dich oder dich wichtig ist und wir wussten das vorher nicht. Also mit anderen Worten, es ist wichtig, dass man, also das hat Lao Tzu eben alles gelernt und dann wurde Lao Tzu von seinem tibetischen Mönch in die entscheidende Situation geführt. Die kamen in eine große Stadt, das war wohl Peking, alle Zeichen sprechen dafür, dass es das damalige Peking gewesen ist. Und diese Stadt lag in Angst und Schrecken. Die Menschen starben fast vor Angst, weil sie überall Dämonen vermuteten und diese Dämonen sind eben diese zur Form gewordenen Gedanken der Angst. Und Lao Tzu hatte gelernt, dass wenn du Angst hast und du siehst so einen Dämon, damals konnten viele das noch sehen, und du kommst nicht von deiner Angst weg, sondern sie wird genährt, dass dieser Dämon größer wird und auf dich zukommt. Und dass du nur eine Chance hast, das zu bezwingen, indem du im Licht stehst und betest und sagst, lieber Gott, hilf mir da jetzt weiter. Und auch gegen deine Angst also schon Mechanismen entwickelt hast, dass du nicht sofort in eine unkontrollierte Angst fällst, sondern dass du die in den Griff bekommen kannst. Das kann man ja jeden Tag x-mal an vielen Beispielen üben. Und er ist also in diese Stadt geführt worden und die sind in einen Tempel gebracht worden. Und die beiden kamen da rein und es wird so geschildert, Die Menschen schlotterten vor Angst, lagen auf den Knien und Lao Tzu schaute da so, es war eine Art Treppe oder was das war, nach oben und dort bauten sich diese riesigen Formen auf und wollten so, kamen immer näher. Und in dem Moment bekam er das, was man Angst nennt, trotz seiner Vorbereitung. Und in dem Moment, wo er super Respekt vor den Dingern hatte, kamen die näher und wurden größer. Und da fiel ihm dann sein ganzes Werkzeug ein, das er sich ja schon angeeignet hatte. Und er stellte sich hin und betete und schickte die mit einer unglaublichen Kraft dann weg, weil er nämlich wusste. Und das ist sehr wichtig für euch alle zu wissen. Ihr könnt jede Gedankenform, jeden Angriff aus dem Dunkel auf eure Gedanken, könnt ihr selber abwehren. Weil der Mensch mit seinem eigenen Willen auf dieser Erde hat die meiste Macht und Kraft, etwas auch in die Grenzen zu weisen. Und durch unseren eigenen freien Willen. Und Lao Tzu hat in dem Moment, wo die Angst riesig wurde, gebetet und hat die dann in die Schranken gewiesen und hat gesagt, löst euch auf. Also das kann man sehr schön in diesem Buch nachlesen. Und in dem Moment sind die kleiner geworden und waren weg. Und so funktioniert das auch. Ich selber habe das ausprobiert. Ich bin ja auch schon mal durch einige Situationen gegangen, wenn ich so an die Kerner-Sendung denke, 2000, wann war das? 8, ne? 7. Da hatte ich richtig Schiss vorher, weil ich natürlich geahnt habe, dass mich da einiges erwartet. Aber ich habe gebetet und habe um Beistand gebetet auch. Und der kam. Also wer sich heute das Video anguckt, ich wundere mich selber darüber, in welcher Gelassenheit und Ruhe ich geblieben bin. Äußerlich wie auch innerlich übrigens. Weil ich habe immer nur gedacht, jeder, der hier gegen die Gesetze verstößt, der die Mutter-Kind-Bindung leugnet, der mir hier irgendwelche rechten Tendenzen unterschieben will, der richtet sich im Prinzip selbst. Also wir müssen gar nicht richten, das sollen wir auch nicht. Und insofern war ich da ganz gelassen. Es hilft also wirklich. Also das heißt, wir und diese ganzen Gesetze, wie man das macht, das unter anderem, vieles andere auch, lernt man in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit, die so wertvoll sind. Aber erarbeiten muss sich das natürlich jeder selber. Genau. Und dann kann man tatsächlich irgendwann ein Wissender werden. Und das unterscheidet ihn natürlich von einem Gelehrten. Ein Gelehrter ist derjenige in der heutigen Zeit, der möglichst viel Bücher eingenommen hat oder möglichst viel Wissen aufgenommen hat aus dem Lehrmaterial zum Beispiel von Universitäten. Und Gelehrte kann man ja auch mit Doppel-E schreiben, das kommt dem manchmal näher. Aber die wirklich Wissenden sind die Menschen, die tatsächlich gelernt haben, die Schöpfungsgesetze, die Schöpfungsarchitektur in ihr Leben mit hinein zu integrieren. Und aus diesem Grunde kann man natürlich dann auch relativ schnell Ängste, die einen übermannen, relativ schnell, wie gesagt, wegjagen, rausjagen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe das schon oft erlebt. Und das ist auch der Grund, warum wir das gemacht haben, hier zusammensitzen. Das war mir wichtig auch. Ich fand das ganz toll. Keiner kann das so gut erklären, wie du das machst. Und ich partizipiere ja auch davon. Und es ist tatsächlich so, wenn man mit bestimmten Informationen in Kontakt kommt, dann merke ich auch, dass mich dann manchmal die Angst ergreift. So ein ganz kleines Stück, dass sie mich dann doch noch irgendwo kriegt und dann ich sage, oh, oh, oder bekommt. Du hast dich extrem verändert. Ja, ich habe mich wirklich, das wissen auch alle Leute, die mich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten begleiten, dass ich mich verändert habe. Aber nicht, indem ich meinen Verstand abgegeben habe und bin Esoteriker geworden, sondern ich habe meinen Verstand erweitert um die Empfindung. Das heißt, ich habe meine Perspektive erweitert. Ich habe jetzt einen Weitwinkel drauf und vorher hatte ich einfach nur ein Teleobjektiv. Und ich kann die Welt jetzt besser erkennen. Ein Pferd kann ganz anders gucken, wenn man ihm die Scheuklappen abnimmt an der Seite. Und das ist bei mir gemacht worden. Und das heißt nicht, dass das andere jetzt weg ist, sondern das kam mit dazu. Und dafür bin ich sehr dankbar, dir auch dankbar dafür. Und das war uns wichtig, dass wir an der Stelle das nochmal ganz kurz hier auf den Punkt bringen. Und wir können da auch gerne Informationen immer zu geben in Einzelnachfragen oder wenn es denn machbar ist, dass man das eine oder andere sagen kann. Aber Voraussetzung ist, man sollte die Schöpfungsarchitektur verstehen, indem man die Bücher einfach einmal gelesen hat und durchgearbeitet hat. Und zwar chronologisch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lasst es wirken und man spürt, dass es richtig ist. Und dafür sind wir dankbar. Ja, also wir sehen es auch an den Zuschriften. Wir sprechen ja jetzt doch schon seit anderthalb Jahren, zwei Jahren öfter mal über diese Bücher, die übrigens noch einen ganz anderen, so unendlich wertvollen Hintergrund haben, den ihr wahrscheinlich erst erkennen könnt, wenn ihr die Bücher gelesen habt. Da wird es euch nochmal packen, nämlich bei der Erkenntnis, wer das eigentlich geschrieben hat, wer überhaupt die Instanz sein kann, der die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze erklärt. Aber wir bekommen jetzt, weil wir schon länger öffentlich drüber sprechen, Zuschriften von Menschen, die sich die Bücher schon vor anderthalb, zwei Jahren gekauft haben und die uns jetzt schreiben, hey, wir sind jetzt auf diese Viruskrise viel besser vorbereitet, weil wir wissen, wir müssen nicht in Angst sein, sondern wir wissen mit der Angst oder Sorge umzugehen. Wir wissen auch, wie wir sie wegschieben können, um in unsere innere Stabilität zu kommen. Und keinen anderen Wunsch haben wir, als dass möglichst viele Menschen nicht diese Angstgebilde produzieren und damit die Welt noch weiter beschweren, sondern wir wünschen uns sehr, dass ihr frei werdet, dass ihr das Licht da oben seht, dass ihr in diese Richtung gehen könnt und dass ihr vor allem eben innere Stabilität erhaltet. Und wir erhalten ein Rezept für den Sinn des Lebens, denn die Menschheit gibt es seit Tausenden von Jahren und sie weiß leider bis heute zu größten Teilen überhaupt noch nicht, wozu überhaupt. Das lernt man an der Stelle. Ein schönes Schlusswort. Lieben Dank, liebe Eva, euch von ganzem Herzen hier aus Kanada alles Gute und Gottes Segen. Tschüss. 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 Tschüss.